Hallo, willkommen zu einem spontanen Unboxing. Heute packen wir mal ein Netzteil für den PC mit 500 Watt aus. Ja, mein altes Netzteil ist nämlich durchgebrannt, weil der Lüfter hängen geblieben ist. Und das hier ist so eins mit einem 12 cm Lüfter, welcher ja ziemlich leise sein sollen. Ich habe so ein Ding zum ersten Mal und jetzt bin ich mal gespannt. Hier haben wir schon mal das Netzteil mit diesem 12 cm großen Lüfter. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob man dazu auch ein spezielles PC-Gehäuse braucht, wo oben eine Öffnung ist. Aber dieser Lüfter zeigt dann wohl nach unten. Der hat auch einen Anschlussstecker für S-Ata-Festplatten. Und was haben wir noch hier? Das Kabel. Und das war es auch schon. Ja, dann bauen wir mal das alte aus und schließen das neue an. Ja, da sieht man das alte Netzteil. Und das baue ich doch gleich mal aus. Das neue Netzteil habe ich jetzt eingebaut. Alle Stecker angeschlossen. Ich ziehe noch den Hauptschalter ein und jetzt bin ich mal gespannt, ob es anspringt. Und der PC bootet. Ja, man hört nur den CPU-Lüfter. Der übertönt das komplette Netzteil. Er ist wirklich sehr leise. So, und das war es von unserem heutigen Unboxing. Und das war es von unserem Bild,avais